Prävention ist absolut wichtig. Es ist in aller Munde, aber ich denke, was besonders von Bedeutung ist, ist, dass wir Prävention künftig qualitativ besser aufstellen. Ja, die Aktion Macht Dich Nicht zum Affen ist eine absolut interessante Aktion und sie wirkt in ihrer Art unaufdringlich und lädt so einfach zum Reflektieren ein. Ja, die Stadtgespräche, es ist für mich eine innovative und überraschende Idee und ich denke, es macht deutlich, wie wichtig es ist, die Bevölkerung zu mobilisieren, in den Dialog über ein Thema zu bringen, um zivilgesellschaftliches Engagement in diesem Bereich zu erzeugen.